wie krieg ich den im live einsatz synchron mit meinem schlagzeuger ja ganz einfach wir synchronisieren das über appleton link mit einer anderen app appleton link habe ich hier will er nicht doch er will appleton link mode eingestellt in synchron mode da unten ist er dasselbe habe ich getan im cog gadget und brauche jetzt eigentlich nur noch den schlagzeuger da ist er ich tapp hier mal ein bisschen rum so ein groov wahnsinn geh dann zurück und dann sehen wir mal zu nicht ganz einfach aber dasselbe geht auch mit einer externen tastatur ein bisschen einfacher sogar noch weil die finger so ein bisschen zu dick dafür her und dann sehen wir mal wieder und dann sehen wir mal wieder